In diesem Video teste ich von Limeberger die High-Protein-Cracker in Spicy, Barbecue und Cheese & Onion. Die Cheese & Onion-Sorte duftet überhaupt nicht nach Käse bzw. nach diesem typischen Sour Cream & Onion Flavor. Man merkt sehr stark, dass der Leinsamenanteil sehr hoch ist, denn es duftet extrem intensiv nach gemahlenen Leinsamen. Da kommt bei der Barbecue-Sorte die Würzmischung deutlich mehr durch. Es hat zwar auch noch diese leichte Leinsamen-Note, allerdings bekommt man hier auch eine tomatig-rauchige Note geboten. Bei der Spicy-Sorte finde ich es sehr interessant, dass die voll nach Barbecue-Chips duften, obwohl sie mit Barbecue nicht wirklich was zu tun haben. Diese Mini-Cracker sind sehr salzig, man spürt eine intensive Sauerraum-Note. Im Abgang wird es leider sehr fischig und die Leinsamen kommen auch extrem penetrant durch. Ich finde es geschmacklich absolut gar nicht ansprechend, vor allem dieser fischige Abgang. Mit Cheese & Onion hat das absolut gar nichts zu tun. Bei der Barbecue-Sorte kommt dieser Leinsamen-Geschmack zwar auch durch, jedoch nicht so stark wie bei der Cheese & Onion-Variante. Es schmeckt anfangs leicht süßlich, tomatig und im Abgang wie ein salziges, gepökeltes Stück Fleisch. Das erinnert total an Speck. Die Spicy-Sorte schmeckt nicht, wie der Geruch vermuten lässt, nach Barbecue-Chips, sondern nach Chili. Die Schärfe ist nicht unbedingt zu stark, allerdings sollte man scharfes mögen. Ich finde den Salzgehalt leider bei allen dreien viel zu hoch. Ich konnte tatsächlich pro Sorte nur maximal zwei dieser Cracker essen, dann wurde es mir viel zu salzig. Würde man den Salzgehalt außen vor lassen, dann würde ich Barbecue auf jeden Fall nochmal ordern.